Ja, jetzt habe ich immer mein kleines BAP-Museum. Da habe ich immer viel Arbeit gemacht. Gesunde Ansicht. Hier oben die Schatzplatzierung der Alben. Dann hier nochmal von dreimal zehn Jahren das Album. Dann hier die ganzen Titel. Dann hier die ganzen Studio Alben. Die eine Maxi-Single. Dann hier die Live-Alben. Und hier noch die Best-Auf-Alben. Wir werden dieses Album noch hier zum Ausschneiden. Wir werden hier die Schulen abschneiden. Es war so Anfang 82 zu den Zeiten, wo ich in meinen Vorschulkindergarten ging. Ich war sieben Jahre alt. Da kauften meine Eltern sich die... Eigentlich verkehrt, ich war da sechs Jahre alt. Da kauften sich die Eltern diese Platte da. Da wollte ich mein Liebsten, dass die alle so zu schneiden. Alles hier so ausschneiden. Aber meine Eltern haben mir das noch verboten. Also habe ich mir die nochmal zum Flohmark nochmal nachgekauft. 2009 kaufte ich mir die natürlich als Schallplatte. Und hatte mal alles hier ausgeschnitten. Jetzt auch noch diese Songtexte von diesen Albums so ausgeschnitten. Ja.